ARD Text im Auftrag von Funk Yes! Vorher fällt aber noch der Typ mit dem Schild. Und damit heiße ich euch auch schon wieder herzlich willkommen zu Milder Mordor Schatten. Und wir haben mal wieder eine Rune vergessen. Ja, ja, weg, 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 weg. So, es war für das Schwert und es besagt der unsterbliche Mock, der andere Zwilling, den wir in der letzten Folge getötet haben. Bei einer letzten Chance erfolgt werden Fokus und Elmgeschosse vollständig wiederhergestellt. Ist also die Frage, ob wir das tatsächlich haben wollen. Ich würde sagen, ja. Und wir setzen das ein gegen Klingmeister. Wenn damit keiner Probleme hat. Ich glaube ich nicht. Und deswegen hätte ich gesagt, aber Klingmeister. Jetzt haben wir aber wahrscheinlich... Stärke der Wut. Okay, ich glaube sogar, das können wir so lassen. Abbrechen. Und Menü verlassen. Wir stellen uns dem Kampf... Nein, oder auch nicht. Lass uns mal eh schon... Finden... 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 Einversteck... Beziehungsweise, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. Da haben wir einige an... Einiges an Informanten. Ich will aber zu Lammlung... Knochenbrecher. Ja. Euer Davish ist noch ein bisschen verschnupft. Und muss mich... Dafür... Minimal entschuldigen. Und bitte um Geduld. Es dauert noch ein wenig, bis ich vollkommen genesen bin. So lange müsste mich ein bisschen verschnupft ertragen. Aber wir machen das Beste draus. Haben ja schon in den letzten Folgen gemacht. Und jetzt... Erstmal... Unsere neue Mission. Ich möchte heute ein bisschen die Welt der Orks und Uruks erschüttern. Auch die der Kommandanten. Oh ja... Geschosse kann man immer gebrauchen. Da haben wir uns, glaube ich, jetzt gerade gut durchgewurschelt. Warte mal... Hier hin... Hier hin... Und... Wenn da etwas war... Sollte sich fernhalten! Oh... Wie sie mich suchen... Und das macht... PADAPAM! Hihiii... So, Moment kurz... Moment... Moment, 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 Moment... Jetzt... Terrorisieren! Und sie kriegen alle Ars! Wer ist das? Moment, bleib hier, bleib hier, bleib hier! Wie blickst du da? Rechtsblick, und genau so, wer ist das? Egal wer es ist, er wird sterben! Und zack! Moment, nein! Oh 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 oh, ich bin jetzt nicht tot, nein! So, x, ach so, Moment ganz kurz, ja, komm, tötet ihn, tötet ihn, hi 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 hi, ja, wir ziehen ihn auf! Wo willst du denn hin? Mist! Du bleibst hier! Ach! Bleib da! Moment mal ganz kurz, was war es nochmal? Ah, Kuh, genau, richtig, Kuh! War das ja ein Durchwurf? Und zack! Wie er abhauen will! Hinterher! Hinterher! Nein! Geh da hoch! Geh da hoch! Wo ist er? Dahinten ist er! Bleib da! Tragra Klingenschmied war das, der uns sein kaum ist! Verdammt, zu langsam gewesen! Guck, die der Grabwandler plötzlich macht! Die beeindrucken mich nicht! Nein! Ich beeindrucke dich nicht! Oh, armes Bubu! So, wir nehmen die Blume da mit! Und werfen mal einen Blick! Saurons Armee, das war gerade eben, wer ist denn das? Wo ist er denn? Der war es nicht! 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 Da ist er! Wir kennen seine Stärken und Schwächen nicht! Schade eigentlich! Ich würde aber sagen, gegen Terrorisieren ist er ziemlich allergisch! So, Stärken und Schwächen von demjenigen, den wir jetzt gerade aufsuchen wollen! Kampftodesstoße, Karagor und, naja, Brennen tut er auch nicht gern! Schade eigentlich! Naja, zumindest mal für ihn! Westliche Garnison-Verästung! Lasst uns den Auftrag beginnen! Ein bisschen Spaß haben heute! Das gefällt nicht nur uns, nein, das gefällt auch den Ux! So, jetzt müssen wir eben schauen! Oh! Moment! Die nennen sich Hauptmänner! Naja, du wirst es niemals tun! Es ist dir klar! Rekrutierung! Wir starten den Auftrag, mächtige Uruks bedrohen und nötigen Anderen ihrem Gefolge beizutreten! Sind sie erfolgreich, erlangen die Hauptmänner Macht! Mische dich in ihrem Rekrutierungsversuch ein, um Saurons Armee zu schwächen! Lamlu-Knochenbrecher hat gerade mal eine Machtstufe von 8, da war ja Morg, der andere Zwilling, noch beeindruckender! Seid ihr bereit für eine richtige Armee, Magen? Ich werde eher sterben! So, wenn wir jetzt noch mal einen Blick reinwerfen, ähm, wo ist er? Lamlu-Knochenbrecher? Kampftodesstöße, das heißt, wenn ich jetzt hergehe, zack! Einmal diesen da mache, und dann diesen da im Mund gegen schleichen! Nein! Oh, kann ich sehr wohl, wenn du wüsstest! Aaaaah, stopp! Und jetzt Schattenklingel! Zack! Du wüsstest, ich habe meine Aufladung verloren! So, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen verschnupft, tut mir leid dafür! Und jetzt! Nein! Ah, Moment! Ja! Na! Hahaha! Hab ich dich aber erwischt, ne? Hättest du nicht gedacht! Oh, 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 oh! Ja! Solange er nicht flüchtet, ist mir das egal! Oh, 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 oh! Okay! Nein, 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 weg, 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 weg! Weg hier! Wir brauchen ein bisschen Gesundheit, und er flüchtet! Nun, immerhin Rekrutierung gelöst Er ist geflohen, er konnte nicht rekrutieren So, Kampfbericht ansehen Rekrutierung Gescheitert Damit legt er natürlich zumindest mal auch nicht an Macht zu Oh, der kleine Bub Habt ihr gesehen, wie traurig der ist? So Ah Ey Was soll der Scheiß So, weg hier Gesundheit Ja, ist nicht tragisch, dass er komisch Nein, nächstes Mal kriegst du mich nicht So Mal schauen mal Eine Runde auf die Karte Wir sind irgendwo Genau hier sind wir Ich hätte gesagt Ach so Schnellreise ist im Kampf nicht verfügbar Und jetzt wird's Euch Finster Hinrichtung Hinrichtung So Zack Und da rollen die Köpfe Massenweise Ja Und von hinten Da müssen wir doch mal richtig Oh Mist, nein die Combo-Kombo verloren Nicht gut Die mit den Speeren Die nerven Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm schon Ja, hinrichtung Hinrichtung Ja Ja Einer Weniger Und So Hinrichtung Zaaaaaack Richtig schön tief reingerahmendes Messerchen So Wir nähern uns Der 30er Combo Ja Oh Mist Combo-Kombo verloren Ich hätte Ich hätte doch blocken müssen Macht aber nichts Der Schildträger Er hat Angst Wie es aussieht Ja Oh Mist Was habe ich denn jetzt gerade Ich hätte mal den Punkt bekommen Und verloren Achtung Hier die Richtung Und So Einfach Hier Siehste Ja 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 Und Jetzt Nichts mehr Mit Schild Oder Nein Hervorragend Und Rest erledigen wir auch noch Es wird Bediegen Ja Ah Hast du gedacht Bevor du zuschlägst Bist du tot Hättest du es gedacht Wenn ich dir das vorhin gesagt hätte Puh Oh Wo willst du denn hin Na 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 So schnell Ne So schnell geht es dann auch wieder nicht Wollen wir die Mission hier machen Der Geist Könnten wir eigentlich Er Verbarg sich unter den Soldaten des dunklen Herrschers Um einen nach dem anderen lautlos zu töten Er würde nicht ruhen bis sie dem Lager von Panik erfasst entflohen Formel Legende des Dolchers Acharn Belohnung 250 Na gut Was ist meine Aufgabe Führe Schleichttötungen an Urux aus ohne entdeckt zu werden Zusätzliches Ziel Töte Urux mit einem Angriff von oben Ja Von oben geht es immer Schleichen wir uns also Warte mal Moment Ach der ist Mist An den komme ich aber nicht ran Oder Doch Szene Alles Gute Kommt halt eben doch von oben Ah Da ist einer Mist Mist Ich wurde entdeckt Ja ich habe es gerade eben gesehen Mist Schade eigentlich Moment Und Zack Okay Irgendwo hat es hier Bogenschützen Nicht mehr lange Und da oben Ist Saurons Statue Moment was ist denn das da Was zum Geier Flieht da einer Oder was ist das Oder was ist das Moment mal Lass uns das mal anschauen Irgendwie ist das komisch Ah nee Das ist einer der holt Hilfe Okay Dann verschwinden wir mal Getrost Bitte mal weg Mach Feierabend Fest mal verfügbar Fest mal verfügbar Und zack Zack Yeeah Stink Oh 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 Ausgerechnet der Informant hat auch noch voll das Schild an Nein Hinrichter Jetzt Aber kein Schild mehr an Nein Werdet ihr nicht So Fähigkeiten freischalten Wollen wir mal eben gucken was es da so gibt Ah Wir haben Die Übersprungbetäubung Entschuldigung Wie gesagt ich bin noch ein bisschen verschlupft Bitte diese zu entschuldigen Okay Menü verlassen Da wollen wir mal gucken Wie weit das die fruchtet Und die sieht nett aus Die sieht richtig nett aus Jetzt In richtung Zack So Einer mit zwei Waffen Ich hätte schneller blocken müssen Na ich hätte hier zweimal blocken müssen Nein 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 Mach hier kein Blödsinn Jetzt nicht Wir werden hier nicht sterben Jetzt bist du da Ja Hinrichtung Nein 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 Ah Hast du gedacht hast du gedacht hä 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 Zack Ja So ein bisschen sportlich Werteidigung am Morgen Volltreib Komma Oho Sorgen Okay Jetzt brauchen wir dann aber mal ne Pflanze Da das ganze auch zu einem Erfolg zu gezählt wird Auch gar nicht schade Nein da bist du nicht So ich mach wieder mal von dann und ähm Nein wer ist das? Ruck Schamane Dass ich noch etwas Spaß haben kann Ah Tocke Wer ist das? Moment ganz kurz Ruck Schamane Wer ist das? Hartluck Schwachknochen Knochenbrecher Wer ist das? Der Braumeister Giftmischer Ah Da ist er Wir kennen aber seine Stärken und Schwäche nicht Es war einer der Unbekannteren Okay Er hat auch noch so ein Schild Das sollte Okay Pass auf Zack Ja Hahaha Hahaha Oh 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 Okay Nicht gut Wir müssen hier weg Wir müssen hier weg glaube ich Ja Er ist auf jeden Fall empfänglich für Bist du bereit für unsere Klingen? Äh Wie kann ich den noch stoppen? Ich überlege gerade Ob ich den hier vielleicht das hier verpasse Aber er ist Er ist krass Drüber springen kann ich auch nicht Nein Das war gar genauso wenig Okay wir brauchen Heilung Wir brauchen dringend Heilung Läufer Ich dachte ich hätte dich schon getötet Oh mein Gott Diesmal werde ich sicher gehen Oh Mein Gott Wir sind Auf den zweiten gestoßen Und jetzt Wird es Übel Oder aufs auch nicht Abgewehrt Ähm Hier ist ne Blume Was glauben wir Jetzt haben wir dich Nein 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 Foalت Leute Dies wird ein leichtes Spiel sein Sollten wir vielleicht gleich mit der Folter anfangen Okay Man darf nicht vergessen wo wir hier sind Ähm Ich würd sagen Rückzug Rückzug. Oh mein Gott, was für eine Rorde. Ja, da haben wir ja wieder ordentlich reingepfrischt. Ich will mal so sagen, Rekrutierungen, nein, das werden wir unterbinden. Es gibt immerhin schon genug Orks, Uruks, Hauptmänner, Anführer und so weiter, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Da muss es nicht noch mehr werden. Die ganzen Sklaven, die ganzen Menschen-Sklaven haben auch so schon genug zu leiden. Aber zum Glück gibt es uns. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Resttag. Ja, und dann, äh, also ich gehe jetzt mal Tee trinken, damit es auch irgendwann nur mit Erkennung besser wird. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns.